Ich finde, dass Caligula den ganz wichtigen und entscheidenden Punkt gemacht hat. Ja, die selber haben das schon den Plan gewollt. Die Frage ist, ob sie das gemacht haben oder ob das zufällig trotzdem so kam. Ich gehöre zu der Fraktion, die da den Aluhut wirklich am Kochen hat. Gut, aber da sitzt ja keine kleine Gruppe im Wort. Nein, nein, nein. Es ist eine Einheitsmeinung. Das ist eine Einheitsmeinung.